Willkommen zu in einem neuen Video Okay, der Freifilte mit, der Ohl mit Du bist für mich gestorben Nein, bitte nicht! Bitte gib mir eine Chance, Mia! Nein, lass mich in Ruhe Nein! Arena? Okay Was ist sonst noch hier so? Wen gehört die Bude hier? Nicht zu tief, Rüdiger, nicht zu tief! Rüdiger, bitte! Nicht normal, dass meine Füße so über sich drücken, oder? Boah, Poli Shit! Äh, ist der Kevin? Jo! Kann ich mir ein Foto machen? Ja! Ah, es ist heiß, du Affenjunge, ey! Wie heiß? Ja, ganz schön heiß! Boah, jetzt wird das heiß wie Schwanz, ey! Äh, Sardin, Sardin, weiter! Sucuk, Sucuk, Sucuk! Ihr durftet euch nicht besprechen! Sucuk! Hä, wieso? Das war Assi! Ich wusste, Sucuk! Ich wusste, Sucuk! Red mal schon mit! Ich wusste, es ist ein Stehbuch! Und jetzt noch lauter! Und noch schneller! Ja! 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 Oh mein Gott, Digga, mich ist erschrecklich! Solide! Wehe! Du Noten Sohn! Bleib bei mir! Ah, Digga! So ein Scheiß! Also, Digga! Das ist ein... Diggi! Das ist illegal! Nein! Nein! F*** mein Arschloch! Da hat irgendwer die Fässer abgeballert. Ich bin froh, dass du es nicht warst, Max. Ich war's. Du warst das? Ich glaube, Vivi hat genug. Vivi! Von diesem kleinen Ding ist das hier. Guck mal, davon geht er nicht kaputt. Ja, danke. Gut. Jetzt sowieso scheiße. Scheiße. Nein, hier ist es aber nicht. Junge, geil! 5... 4... 3... 2... 1... 2... 3... 1... 4... 2... 2... 2... 3... 3... 5... 4... 5... Kann man so viel Stress haben Alles gut Was macht denn der Brie? Warum schreien die Leute schlafen? Oh mein Gott, deine Sachen sind weg Wir haben dich gefickt Halt's Maul Wir haben dich gefickt Halt's Maul Ja, die haben dich komplett gefickt Du kannst nur da nicht schlafen, dann explodiert das Bett Maul Hallo Hallo Ja, hallo Ja, meine Frage ist Wann hast du dir denn Das letzte Mal in den Mund gewächst? Okay, die Frage schafft nicht von dir ich hatte gute laune habe mich am pc gesetzt habe er mal karsten geschrieben kasten bist schon wach er hat mir geschrieben ja da habe ich mich drüber gefreut bin hochgelaufen hat die tür aufgemacht und bin in sein bett gesprungen habe ich so dahin gelegt und habe ihn angeguckt habe gefragt willst du ficken er hat gesagt ja und da haben wir 69 gemacht wir scheißen auf bastis clip und auf basti allgemein dem schluck auf oh mein gott digga junge wie kann man so geil sein charlie mit zwei morgen morgen ich kann dich seit zwei monaten nicht mehr abonnieren es steht immer es ist ein fehler aufgetreten da was kann ich machen den fehler beheben du bist halt jetzt Ja, das ist ein Witz, Alter. Oha, Digger, die perfekte Rolle. Es ist die perfekte Rolle, es ist der perfekte Tag. Ein Finger im Arschloch, das ist das, was ich mag. Ich hab den Kopfbien auch gemacht. Könnt ihr per Comment von mir dann zurückbekommen. Das heißt, wenn man stirbt und der aus dem Inventar ist, kann man dann sagen. Man hat den auch nicht benutzt, zum Beispiel, ja. Genau, das müsste ich da sein. Ja. Ja, ansonsten, wir haben gesagt, wir töten uns nicht, also wir machen jetzt nicht unbedingt hier eine große T-Party, weil es am Ende halt ein bisschen scheiße ist, wenn jetzt einer halt sein Stuff verliert und dann eben gefrustet ist. Aber das geht ja nur an Rohrath auch an der Empfehlung. Ja. Ich mach dir den Chat aus meinem Stream noch aus, dann hast du den schon nervig drin. Ja, das ist... Geht nicht. The fan. F**K. Tsk. Tsk. Gah, Puff. F**k. Oh, oh mein Gott, digger. Oh mein Gott, digger! AAH, digger! Ich fick meine Mutter! F**K. Aus dem Unterdorf im Zweier würdest du lieber einen Esel ficken und keiner wüsste es oder würdest du lieber den Esel nicht ficken, aber jeder denkt du hättest ihn gefickt. Ich würde eher deinen Vater ficken. Wenn euch das Video gefallen hat lasst eine positive Bewertung da.